70 Millionen Liter des Unkrautvernichtungsmittels Agent Orange verspute das amerikanische Militär in den 60er Jahren über Vietnam. Unsichtbar verseucht es den Boden, die Felder, die Flüsse und die Menschen. Bis heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mittlerweile sind die Folgen von Agent Orange bereits in der dritten Generation sichtbar. Tausende von Kindern kommen weiterhin mit furchtbaren Missbildungen zur Welt. Noch über Jahrzehnte wird das Gift nicht verschwunden sein. Untertitelung des ZDF, 2020 In den 70 Millionen Liter des Unkrautvernichtungsmittels Agent Orange In 20 Jahren kann man auf der dritten Generation sichtbar. Hier gibt es die Folgen von Agent Orange und die Flügel von Drift. Hier gibt es die Flügel von Drift. Ein Stichbar. Hier ist das Häuser, die Flügel von Drift. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020